Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 22. Dezember 2022. Du hörst die Geek Talk Daily 1290, heute mit den folgenden Themen. Oppo, Apple TV, Twitter, Boxcryptor, Google Pay, oder Play? Ne, Pay, Play, was auch immer, EU und Lark. Ich starte gleich mit Oppo. Die haben fröhliche Weise bekannt gegeben, dass sie ab dem nächsten Jahr gut Menschen sind. Und Android-Updates für die 2023er-Flaggschiffe mit längeren Updates ausliefern. Was heisst das bei Oppo? Ja, das heisst, dass sie vier grosse Android-Updates ausliefern werden. Also das sind die, die jeweils im Frühling vorgestellt werden und im Oktober, November, irgendwann dann mal auf die Menschheit losgelassen werden. Und mit ein paar Schritten später dann auf die einzelnen Telefone. Das ist ja mal top. Aber es heisst in der Beschreibung für ausgewählte Flaggschiffe. Gut, das muss nicht viel heissen, weil Oppo ja nicht viele oder nicht alle ihre Geräte, die sie auch in China haben, zum Beispiel nach Europa bringen. Somit wären es dann hoffentlich die Ausgewählten und nicht die dazwischen. Was man auch bekannt gegeben hat, man bringt bis zu fünf Jahre Sicherheitspatches. Das sind natürlich tolle Neuigkeiten. Freut mich sehr zu hören. Ist natürlich auf Druck der Europäischen Union passiert, könnte ich mir ganz stark vorstellen. Und da wird der eine oder andere Hersteller jetzt dann gleich auch noch hinten nachkommen und das von sich aus sagen. Als, ja, eben, sie müssen ja. Aber es sind gute Neuigkeiten für die Nutzenden da draussen. Dann gibt es Gerüchte für Android. Also, von Apple für Android und zwar Smartphones. Es soll anscheinend in Planung und oder Arbeit sein, die Apple TV App auch auf Android rauszubringen. Ich dachte immer, ich habe die auf meinem Android drauf oder habe ich das auf meinem Android TV gehabt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf dem Android TV auf jeden Fall auf dem Smartphone. Ich habe es nie vermisst, weil ich immer ein iPhone dabei habe, logischerweise. Aber ich muss nachschauen. Genau, Twitter Blue hat Neuigkeiten. Und zwar Blue for Business, da gibt es Neuigkeiten. Ihr könnt, wenn ihr als Firma euch verifiziert, gleichzeitig auch noch eure Angestellten und oder einen ausgewählten Kreis davon prominent hervorheben. Dann bekommen nämlich die Firmenmitglieder, also die Mitarbeitenden, neben dem goldenen Haken auch noch einen Vogel hintendran. Und dann weiss man, dass die dazugehörig sind zu dem Unternehmen. Wahrscheinlich nicht verkehrt für Twitter natürlich eine Möglichkeit, noch mehr Geld zu machen. Und das haben sie auch nötig. Und deshalb gibt es vielleicht die goldenen Abzeichen. Und oder nicht? Nein, nicht ganz. Es geht jetzt noch um was weiteres. Nämlich um, was war es jetzt noch? Ich muss zurückblättern. Irgendwie ist mir hier was abgerutscht. Genau, warum gewisse Profilbilder bei Twitter quadratisch sind. Ja, auch das hat eine Möglichkeit oder ist eine Möglichkeit von Unternehmen, die sich verifizieren lassen. Die können, um besser aufzufallen, ihr Profilbild in quadratisch machen. Kann man machen, finde ich praktisch oder auch nicht, wie man will. Boxcryptor wurde ja von Dropbox übernommen. Das habe ich schon wieder vergessen. Und deshalb mich so gewundert, da einige unserer Zuhörenden mir Screenshots geschickt haben, deren ihre Boxcryptor-Accounts geknackt gekündigt wurden. Und zwar fachgerecht oder zeitgerecht oder wie man das Ganze auch immer nimmt. Ja, Dropbox hat damals angekündigt, sie werden die Bestandenskunden noch behalten, solange die Verträge da laufen. Bei anderen, wo es nicht mehr passt, wird man dann terminlich passend kündigen. Und das ist jetzt passiert. Auf irgendwas im Januar, Februar, so in dem Dreh rum, haben die meisten, also ich habe fünf Screenshots bekommen von euch, liebe Hörenden, deren ihre Accounts, meistens Free-Accounts, gekündigt worden sind. Und das ist eben Februar, Januar und März, glaube ich, war es insgesamt. Es gibt eine neue Möglichkeit bei Google Play. Da könnt ihr als Kinder, also eure Kinder können, wenn sie was kaufen möchten, euch als Elternteil anfragen. Das heisst, wenn sie irgendwelche kleinen Transaktionen, In-App-Purchases oder auch mal eine ganze App kaufen möchten, können sie die Eltern zuerst anfragen. Ein Ding, was man unter Reibers schon lange hat und eigentlich auch unter Google. Denn wenn da eine gemeinsame Zahlungsmethode hinterlegt ist und ein Kind eine App runterladen möchte oder eben In-App-Purchase, bekommen eh die Eltern immer die Möglichkeit, dass sie Ja und oder Nein sagen können, ohne dass das Kind überhaupt weitergehen kann. Also von dem her, ja, neu, falls nicht. Und falls nicht, gibt es, glaube ich, eher weniger, würde ich auch mal behaupten. Oder zumindest in meiner Bubble haben die jeweiligen Eltern immer eine gemeinsame Karte hinterlegt. Die Europäische Union, ja, die hat wieder mal neue Regelungen für Design, Produktion und Entsorgung von Akkus rausgehauen. Ich glaube, bis Ende Jahr werden die noch alles festlegen und fest nageln, so dass man in Zukunft gar nichts mehr Neues auf den Markt bringen kann. Versteht mich nicht falsch. Ich bin grundsätzlich dafür, dass man nachhaltigere Produkte macht, dass man die Hersteller dazu zwingt, Updates zu fahren und so weiter und so fort, dass man Vereinheitlichungen macht. Aber irgendwo muss dann auch noch die Möglichkeit sein, dass man, ja, neue Geräte entwickeln kann, neue Ideen umsetzen kann. Ich meine, was wird es dann, wenn dann die Apple-Brille oder die Google-Brille oder was auch immer für eine Brille kommt? Die wird dann irgendwie einen fetten 9 Volt oder eine Autobatterie im Hinterkopf haben, weil man das Teil ja tauschen muss. Man soll eigentlich alles, was Akku drin hat, somit auch Kopfhörer, Laptops, Tablets und so weiter, nur noch mit einfach, und zwar vom Kunden tauschbaren Akkus ausliefern können. Na dann, freut euch wieder auf die 2000er-Laptops. Dickfett und wenn sie dir mal runterfallen, klappen sie auseinander und das Zeug geht kaputt. Es gab schon einen Grund, weshalb die früher austauschbar waren. Die Akku, die hielten doch keinen Tag lang. Aber ja, lassen wir das Thema. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Ich finde Nachhaltigkeit und das ganze Thema sehr, sehr wichtig. Und da muss ich noch einiges tun. Aber ich finde das falsch, wenn irgendwelche einzelne Regierungen oder Zusammenschlüsse von Regierungen Dinge bestimmen, die dann für die nächsten 50, 30 oder auch nur 10 Jahren gelten. Weil wir wissen ganz genau, in der Technik geht es brutal schnell vorwärts. Und das könnte dann eingebremst werden, weil nicht nur die EU kommt und macht solche Dinge, auch Indien kommt und irgendwann kommt vielleicht auch China und USA. Und dann hast du nachher 15 verschiedene Telefonate und dann weiss ich ganz genau, was passiert. Die Schweiz, Deutschland und Österreich werden einfach keine Geräte mehr bekommen oder nur noch die Hälfte oder ein Drittel. Weil halt einfach das coole, interessante, spannende neue Zeug, was vielleicht nicht ganz, aber eben, ihr wisst, was ich meine. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird und wann sich da die ersten Firmen vielleicht auch schon beginnen zu wehren und oder sich ein bisschen quer stellen. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen Hinweis auf ein Testbericht vom Lark Pitcher Pure With. Ganz einfach gesagt, ein Tisch-Wasser-Filter, den ich habe testen dürfen für euch. Ein Video dazu plus meinen ausführlichen Testbericht könnt ihr auf dem pukipsi.ch-Blog nachlesen. Den Link, wie zu allen Themen, die wir heute wieder in der Daily drin hatten, findest du wie immer im Podcatcher deines Vertrauens auf www.geektalk.ch und oder da, wo die Links von deinem Podcatcher einfach zu finden sind. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, bis bald schon wieder. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.